... mit Lokal Matador, zusammen mit der Mühlen-Kaiserswahl. In den 19 Ausgaben reicht es viermal fürs Finale, zweimal haben sie das Ding gewonnen. Das ist allerdings schon so ein bisschen her. 2000 und 2002 gewann sie dieses Turnier. Letzte Final-Teilnahme 2006. So, wir sind sehr gespannt. Und Gielefeld ist gleich voll da. Das ist das schnellste Tor der diesjährigen Ausgabe. Nach Unstimmigkeiten im Frankfurter Defensivverbund. Torschütze war Ben Jacke. Das ging aber gut los hier. Amina Bielefeld in der Landesliga aktiv. Also im Vergleich schon recht klassenniedrig im Vergleich zum Rest. Die Frankfurter in der Hessenliga. Dürfte ungefähr, man kann das nicht 21 übertragen, vergleichbar sein hier in Westfalen mit der Westfalenliga. Also die Vorstufe zur Regionalliga der höchsten Klasse für U16-Teams. Bielefelder da nur auf einem achten Platz in der Landesliga. Zwölf Punkte, gerade mal aus elf Spielen geholt. Vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Spielen in einer Liga mit dem SV Eidinghausen-Werste, die natürlich einen recht großen Block bei der Mühlenkreis-Ausfalt stellen. Die wir auch noch später sehen, während hier fast der Ausgleich fällt. Während jetzt der Ausgleich fällt, das hat ein bisschen gedauert, aber zum dritten war der Ball dann im Tor durch Berkan Keppelikim. Hier nochmal Abpraller, Keeper nicht ganz sattelfest und dann reingenetzt, wunderbar eingefangen. Ausgleich. Apropos 8er Tabellenplatz, auch die Frankfurter in der Hessenliga nur Tabellenachter. Allerdings haben sie aus 15 Spielen 19 Punkte geholt. Drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Vier Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz. Das sind 19 Punkte hinter dem Tabellenführer. Darmstadt, 98 allerdings. Darmstadt, wie die meisten anderen Mannschaften in der Hessenliga auch, als U17-Team. Das darf man nie vergessen. Wir reden hier über die Frankfurter U16. Das heißt, die Jung-B-Jugend-Jahrgang, die sich also mit fast ausschließlich U17-Teams messen. So, vier Sekunden waren um. Da hat er ganz genau die Stoppe rausgeholt. Eugen Fritz, 32 Jahre, vom FC Preußen-Espelkamp. Da haben wir den Abstand, das geht ohne Maßband. Oh, ganz interessante Strategie. Keeper stellt sich vor die Mauer. Der Vorteil, er sieht den Ball. Wieso trotzdem auch noch nicht gesehen. Freie Sicht jetzt. Ja, kann er natürlich kaum reagieren aus der Entfernung. Zwei Ernst für Arminia. Vorschütze Eduard Ibrahimi. Bei dem war es nochmal. Aber da bist du hier in der Halle. Chanzenlos und Postwend. Der Ausgleich. Und es wird klassisch in der Crash-Pedale. So, jetzt haben wir es nochmal eingefangen. Wunderbar der Distanzschuss. Von Sebastian Wehr. Mit Dani Luiz, Gedächtnisfrisur. Nächste Möglichkeit. Oh, den hat er. Chan Caracas. Also vier Tore. In den ersten Minuten. Das geht da richtig munter los. So wollen wir das. Und die nächste Möglichkeit. Abpraller nochmal. Bielefelder ja im Vorjahr hier mit einem riesigen Erfolg. So ein bisschen ins Halbfinale eingezogen. Hatten für mich einen der, wenn nicht sogar den besten Spieler des Turniers dabei. Hatten die Halle hier voll auf ihrer Seite. Und hier ein Underdog. Die Großen aus dem Turnier haut, war das natürlich für die Stimmung sensationell. Missverständnis hier im Aufbau. Gutes 1 gegen 1. Hier Ball gespielt. Dementsprechend Kontermöglichkeit. 3 gegen 1 überzahlt. Das muss eigentlich schon ein Tor werden. Das war schlampig gespielt. Also 3 gegen 1 hier in der Halle. Das muss ausgespielt werden. 2 gegen 1 klappt bei Frankfurt besser. Sie kommt zumindest zum Torabschluss. Massil Amayne. Übrigens der Top-Tor-Schütze Massil Amayne mit der Nummer 9 bei Eintracht Frankfurt. Das geht jetzt gerade von der Platte. Sechste Saisontreffer. Der Freistoß. Für die Aminen. Hier sehen wir wunderbar dieses körperliche Duell. Wie beide arbeiten. Und hier setzt sich der Bielefelder durch. Da haben wir es am Abschlussversuch. Das war Dimo Alexander. Klasse Abschluss. Und das 3 zu 2. Für die Eintracht. Das ist eine Wiederholung wert. Schauen Sie mal. Zack. Wunderbar. Maß genommen. Mittellinks vollendet. Bertan. Tippi Dibi. Tippi Dibi. Ich habe ja gewechselt hier vom Trainer Anuah Daou. 38 Jahre jung. Deutsch-Marokkaner. Seit 1.7. 2014 war Eintracht Frankfurt. Also schon eine lange Zeit. Das ist noch ein bisschen Bedarf für Regelkunde. Aber kriegen wir alles gelöst hier. Eugen Fritz ist ganz entspannt. Oh, der Doppelpass mit der Bande ging schief. Ich glaube, da eine Ex-Freundin im Publikum saß. So wie er den nur in die Tribüne gehauen hat. Das kriegt er technisch besser hin. Jetzt wieder der Aufbau. Frankfurt kontert wieder. Klasse gespielt eigentlich. Aber Bielefeld passt in dem Moment wunderbar auf. Nächster Freistoß Pfiff. Vier Minuten vor dem Ende. Noch alles drin in dieser Partie. Das Bein war ganz, ganz wichtig von Frankfurt. Abed Noristani, der sich da lang macht. Bielefeld rennt an. Bielefeld will den Ausgleich. Bielefeld will das 3-3. Aufbau jetzt zu zweit. Drei Spieler ganz vorne in der Reihe, die immer wieder rotieren. Machen das vom Positionsspiel nicht schlecht. Und das wird jetzt ausgenutzt. Und das war gut vorbereitet. Wunderbar gestellt. Der Spieler taucht leider noch nicht auf unserer Liste auf. So, dass wir den Torschützen noch als unbekannt verzogen angeben müssen. Bielefeld jetzt mit diesem mutigen Zweieraufbau. Torwart und Spieler bauen auf. Und die drei Spieler sind immer wieder am Regieren. Immer wieder am Positionen wechseln. Super eklig zu verteidigen. Jetzt wieder Klasse zurückgelegt. Gut geklärt. Also Bielefeld hat sich vorbereitet hier. Das merkt man. Torreiste Partie bisher. Den kriegen sie nicht richtig geklärt. Jetzt die Kontermülligkeit für die Eintracht. Aber gut aufgepasst. Von Benjamin Nisic. Bielefeld, Nummer 5. Und jetzt wäre es fertig. Ja, ist bestraft worden. Da haben wir gut aufgepasst. Da der Aufbau. Es ist taktisch ganz interessant, wenn man so aufbaut. Ob man nicht den Feldspieler etwas mehr zustellt. Denn der Torwart hat ja so ein bisschen den Nachteil in der eigenen Hälfte mit der 4-Sekunden-Regel. Sobald er dann aber über die Mittellinie kommt, entfällt diese. Gibt es aber sicherlich die eine oder andere taktische Variante. So ein Zweieraufbau erheblich zu stören. Das war jetzt gut gespielt. Nochmal Platz. Wunderbar pariert und gehalten von Arne Schulz. Letzte Minute läuft. War ein tolles Spiel. Bevor es hier nochmal richtig alles läuft. Was wir gesehen haben von beiden Mannschaften. Sechs Tore, viele offensive Aktionen. Hat großen Spaß gemacht. Was wir sehen? Das ist ja auch super. auch mal der ball aber ich da nicht ganz verarbeitet so lange kugel jetzt wunderbar zurückgelegt da ist platz kriecher den verarbeitet wunderbar quer gespielt wunderbarer angriff klasse 34 frankfurt ich hoffe wir haben das noch mal im review haben wir jetzt glaube ich keine zeit für doch hier nehmen wir uns wunderbar runter geholt wer geht und vollendet klasse tor vielen lang an die regie 17 sekunden noch durch ist das ding noch nicht biele fällt jetzt wieder mit der möglichkeit konventionell geklärt wir haben noch fünf sekunden auf der uhr uhr ist angehalten so ein pass ins feld und dann muss der abschluss erfolgen dann könnte es glücken das wird nichts mehr spannende partie frankfurt gewinnt mit 4 zu 3 gegen arminia bielefeld so 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 so